Hallo und willkommen zu einem kleinen Update und zwar mit dem Ton, das Wichtigste zuerst. Und zwar, ich hoffe das jetzt nicht zu laut, der Ton war leiser gewesen in den letzten beiden Videos. Ich war total überrascht, weil eigentlich nichts gewesen war. Normalerweise, wenn sowas auftritt, immer das ein Windows-Update war. Das zerschießt euch einfach, ohne dass ihr es wollten, ohne dass es einen Grund dafür gibt. Alles bei Einstellungen. Das bin ich so gewohnt bei Windows, weil Microsoft scheiße ist. Aber das war es diesmal nicht schuld gewesen. Ich war selber total schockiert. Diesmal war es mal eine neue Tastatur geschuld gewesen. Ich habe mir nämlich was gegönnt. Für 40 Euro bin ich so eine teure Tastatur gekauft. Bereut das auch schon Hardcore, weil ich gemerkt habe, die ist zu klein, damit ich gut LOL damit spielen kann. Das ist ein bisschen doof. Aber wie verlaube ich eine neue Tastatur? Und als ich die eingesteckt habe, ist wohl der Ton leiser geworden. Das ist mir aber erst aufgefallen nach den ersten beiden Videos. Und das macht ja auch keinen Sinn. Als ich sie ausgestöpselt habe, ist der Ton wieder lauter geworden. So normal wie vorher. Und als ich sie wieder eingestöpselt habe, ist der Ton normal geblieben. Jetzt muss ich mal gucken, ob beim Neustart morgen früh der Ton wieder leiser wird. Ist mir auf jeden Fall traurig, weil es ist eine schöne Tastatur. Ich darf damit nur nicht LOL spielen und offensichtlich auch keine Videos casten. Na gut, das ist auf jeden Fall das Tonproblem. Ist hoffentlich jetzt gelöst. Dann muss ich die alte wieder einstöpseln. Hilft ja dann alles nichts. Genau, also das ist auf jeden Fall gelöst. Aber die letzten beiden Videos sind dann leider ein bisschen leiser. Ich habe das halt zu spät gemerkt. Ich wollte es aber auch nicht nochmal löschen. Ihr hört mir das Kommentar noch zehnmal an, da ich zu leise spreche. Da muss ich jetzt durch. Ich kenne das ja sowieso nur so. So, also. Das war die Geschichte. Ansonsten. Projektmäßig und so. Also erstmal, ich mache nochmal ein großes Video Ende des Monats. Es sind zwei Videos geplant. Eins mit so einem Ausblick für nächstes Jahr, welche Strategiespiele da kommen werden. und ein anderes, was denn jetzt dieses Jahr eigentlich alle für Highlights und alles waren. Da mache ich nochmal ein ganz großes drüber. Und dann reden wir nochmal über Company Heroes 3 und sowas. Oder den Flop der Cities Guidelines, wenn ja Performance ist. Und solche Geschichten. Ansonsten, jetzt erstmal aktuell relevanter. Wir spielen im Moment Stellar Nexus jeden Tag auf dem Discord. Also wirklich jeden Abend. Ich glaube, morgen Abend machen wir es erstmal nicht. Da haben die Leute keine Zeit gehabt. Aber das wird auf jeden Fall eher so ein Stable werden. Lohnt sich, glaube ich, nicht für Videos. Ich mache gerne nochmal zwei, drei Guides, auch wenn die kein Mensch guckt. Es gucken nur die Mitspieler, habe ich gemerkt. Dann kriege ich die auf die Fresse, weil die wissen, wie meine Rasse funktioniert. Aber mal gucken, wenn es released wird, ob es vielleicht ein bisschen beliebter wird. Also Videos dazu, mir ist eigentlich egal, wenn es keiner guckt. Sonst würde ich auch keine LOL-Videos abmachen. Das Ding ist aber im Moment tatsächlich, dass das Videoformat zu Stellaris sich nicht lohnt. Das ist einfach nicht so spannend, bei so einem Spiel zuzugucken, finde ich persönlich. Ich kann gerne mal eins aufnehmen, wenn es die Leute sehen wollen, wenn es man sieht. Aber ich glaube, dass so Multiplayer-Runde live zu beobachten, gerade wenn man noch nicht weiß, was da alles passiert. Ich kann es gerne mal anmachen, aber ich glaube nicht, dass es so spannend ist. Es ist halt Twilight Imperium, zugucken, wie andere das spielen. Da schießen nicht den Vogel ab, in den meisten Fällen. Auf jeden Fall, das ist ganz groß auf dem Radar. Wenn du Lust hast, könnt ihr da auch einsteigen. Im Moment noch umsonst. Nächste Woche 15 Euro, glaube ich. Und da macht man sicher mehr Runden, kleine, große, gibt es ja verschiedene. Ein schönes Spiel. Ansonsten, Software Inc. Hatte ich ja angefangen, will ich auf jeden Fall weiterspielen. Ich habe mir das vorgenommen für die Feiertage. Da braucht man ein bisschen mehr Zeit, um sich nochmal da reinsetzen kann. Ich habe es eigentlich mehr erhofft, das für den Multiplayer zu spielen. Haben die ja rausgebracht. Bin mir aber nicht sicher, ob das Multiplayer-tauglich ist am Schluss. Ich habe da zwei, drei Sachen zu gelesen. Und mein persönlicher Eindruck ist auch gewesen, dass die... Es gibt öfter Zeiten, wenn man so ein Spiel entwickelt, dass ihr einfach schnell aufmachen müsst für immer wieder, immer wieder, immer wieder schnell auf. Und das wäre Multiplayer natürlich absolut untauglich, wenn das so funktioniert. Von da bin ich nicht sicher, ob wir das mal als Multiplayer machen können. Es wäre schon schön, weil es viele Interaktionen geben sollte durch die verschiedenen Spielerfirmen. Ich werde mir das in Ruhe nochmal angucken und auch mal einen Multiplayer-Test vielleicht machen und dann machen wir eine Multiplayer-Runde dazu. Mal sehen. Im Moment habe ich die Befürchtung, dass das nicht Multiplayer-tauglich ist. Ist aber ein schönes Spiel auf jeden Fall. Also auf jeden Fall auf meiner To-Do-Liste noch. Das möchte ich ganz gerne nochmal Angriff nehmen. Das ist eigentlich sonst soweit groß alles. Wano haben sie jetzt hier dieses Tutorial für Army-General gemacht. Das interessiert mich nicht die Bohne. Wenn der Army-General rauskommt, dann gucke ich auf jeden Fall gerne da rein. Aber das ist nur Tutorial. Lore Gevers 2 ist immer noch unspielbar. Das kann man, glaube ich, noch nicht mal... Also wenn man nett sein will, kann man es Alpha nennen. Genau wie Kerbal Space Program 2. Das sind beides eigentlich so Multiplayer-Titel, die ich persönlich beide Multiplayer spielen wollte. Aber beide sind in einem Zustand, wo ich sagen würde, die sind unspielbar. Für Multiplayer sowieso, aber auch für Singleplayer. Also von daher leider nichts. Das Gary Grigsby-Projekt läuft noch. Wir sind, glaube ich, gerade bei Teil 155. Das ist das letzte, das längste Let's Play, was ich jemals auf meinem Kanal hatte. Und macht auch einen Riesenspaß noch. Gerade, was es verschiedene Kriegsphasen gibt. Mit dem Push hin und her. Und dann auch Messerschneide. Und dann Gegen-Push. Also wirklich ganz schön. Hat frustrierend viele Ecken. Habe ich ja öfter mal erwähnt. Ist so eine Hassliebe mit dem Spiel. Aber es ist auf jeden Fall ein Projekt, weil ich nicht bereue. Das macht eine Menge Spaß. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass wir mit 155 Runden, oder was das jetzt ist, dass wir da so schnell klarkommen. Ist wirklich sehr, sehr schön. Also das war... Also guckt kein Mensch, ja. Also 600 Leute ist relativ wenig für einen Kanal pro Video. 600, 700 sind das immer so. Aber die Partys gucken, sind, glaube ich, auch motiviert dabei. Kommentieren auch immer nett. Und von daher macht es auch immer Spaß, dies hin und her zu haben. So, ansonsten. Genau. City Skylines ist ja zwei... Von der Performance unspielbar für mich im Moment. Ich weiß nicht, ob die Patches irgendwann mal wirklich was daran ändern. Also steht auf meiner To-Do-Liste, wenn mal der Performance-Patch kommt, der das um 1000% schneller macht. Müssen wir mal gucken. Also Ende nächstes Jahr vielleicht. Mit viel Glück. Ihr habt voll Bock, das zu spielen. Aber nicht so. So nicht. Das geht nicht. CO3 ist auch tot für mich. Aber ich mache da nochmal ein extra Video, wo ich da mal im Detail darüber rede. Das ist es, glaube ich, sonst soweit alles. Entwickler von Linewar will ja einen Singleplayer reinpacken. Vielleicht spült das ein paar Spieler rein. Da könnte man das auch nochmal einpacken. Obwohl wir ja tatsächlich im Discord auch oft miteinander gespielt haben. Also irgendwann nur wieder eingeschlafen. Ist ein nettes Spiel, aber fehlte dann irgendwann auch ein bisschen die Abwechslung. Also es ist halt schade, dass dieses Format nicht so beliebt ist. Also wenn das jetzt eine große Community hätte und da regelmäßig Patches kommen mit Balance und neuen Einheiten, vielleicht sogar Fraktionen oder so und dann eine Ladder Gap und was weiß ich nicht alles. Das wäre schon richtig geil. Aber wir leben halt in einer Welt, wo solche Spiele leider nicht so gut ankommen bei dem Großteil der Community. Was ich sehr, sehr traurig finde. Aber ich bin das seit meiner Kindheit gewohnt, dass Leute Strategiespiele nicht so sehr mögen. Ist halt so. Schütteln nicht für jede Strategiespiele, aber solche leider schon. Genau. Über den Rest brauchen wir, glaube ich, sonst nicht mehr hier vorne viel reden. Wie gesagt, so Highlight-Video mache ich dann nochmal Ende des Jahres wahrscheinlich. Ansonsten kommt, glaube ich, sonst gar nichts raus. Also auch bei der Wunschliste da, was ich ja geguckt habe. Das, glaube ich, ist nichts, was dieses Jahr noch erwähnenswert wäre. Broken Arrow war jetzt eine... Oh, wie nennen die das inzwischen? Also die dritte oder vierte Beta gefühlt war da jetzt. Ich habe gar nicht mehr daran teilgenommen, weil ich ja schon zwei oder drei daran teilgenommen habe. Und war ehrlich gesagt immer gelangweilt von denen. Jetzt war wohl mit Multiplayer im Fokus. Ich habe das bei jemandem über die Schulter zuschauen dürfen. Und der hat auch gesagt, der das ein bisschen mehr gespielt hat, er findet es eigentlich eher langweilig. Und es sah auch extrem langweilig aus im Vergleich zu Wano. Könnte man jetzt lange ins Detail gehen, aber... Also die müssen daran arbeiten. Ich habe nicht das Gefühl, dass das eine Konkurrenz zu Wano wirklich wird, eine sinnvolle. Sieht zumindest im Moment nicht aus. Wie gesagt, die beiden Betas, die ich gespielt habe, waren eher langweilig. Und die jetzt, die mit NDA sogar versehen ist, die Multiplayer, die sah eigentlich auch nicht so spannend aus. Also von daher, mir reicht Wano auch. Ich brauche noch nicht zwei die gleichen Spiele parallel nebeneinander. Aber das läuft jetzt gerade, wenn man sich das wohl anschauen will. Nur nicht sicher, wie man es freischaltet. Genau, das ist sonst alles hier. Mehr kommt, glaube ich, nicht. Das Schachspiel ist so ein kleines Spiel für nebenbei. Da wollte ich mal reingucken. Noch keine Zeit gefunden dafür. Jo, das waren eigentlich alle Projekte. Also eine sehr ruhige Geschichte. War auch ein ruhiges Jahr. Also was auf jeden Fall, wie gesagt, dieses Jahr noch gemacht wird, ist auf jeden Fall... Gary Grigsby wird weitergemacht und Mechabellum natürlich und Stellaris Nexus. Das sind so diese drei Dinger. Genau. Mehr habe ich jetzt nicht auf der Agenda. Lethal Company habe ich ein paar Videos zu gemacht. Hat auch Spaß gemacht. Aber ich habe dann auch, ehrlich gesagt, nach zwei Tagen die Lust daran verloren. Das war originell mit der Sprache am Anfang und dann hat es aber auch gereicht. Ja. Ja, ich denke, das war es eigentlich alles. Ansonsten, wenn ihr Vorschläge habt, könnt ihr gerne mal beischreiben, wenn ihr noch Ideen habt, was man so anstellen kann. Ich hätte öfter mal gefragt nach Age of Empires 4, weil da das DLC rausgekommen ist. Ich müsste mich da halt wieder reinspielen, ne. Damit ich überhaupt da... Also ihr könnt ja nur kommentieren, wenn ihr Ahnung davon habt. Und ja, also ich habe da so Ewigkeiten jetzt nicht mehr gespielt. Ich müsste mich halt da reinspielen. Und ich finde einfach nicht die Kraft, mich da komplett nochmal reinzuarbeiten. Und das DLC, das wirft ja nicht alles um. Das hätte ja nur zwei neue Rassen, wenn ich das gesehen habe, ne. Oder Nationen. Also da sehe ich jetzt auch nicht den Riesenwurf, ehrlich gesagt, dahinter. Ich werde mich sicher irgendwann nochmal reinarbeiten und dann mal richtig reinsetzen. Aber im Moment habe ich einfach nicht die Kraft dazu. Also irgendwann mache ich es nochmal, aber ist jetzt nicht oben auf der Liste. Also jetzt COH3 kam und habe ich halt hier, ne. Das waren dann zwei RTS nebeneinander. Das war zu viel. Dann habe ich COH3 gemacht und dann bin ich da rausgekommen. Dann habe ich da eben den Faden ein bisschen verloren und jetzt wieder schwer reinzukommen. Vielleicht nochmal ein Wort zu Gary Grigsby, wenn das einen interessiert. Wenn die jetzt vorbei ist, die große Kampagne. Ich habe, glaube ich, auch nicht die Kraft, da nochmal eine Deutsche anzufangen. Nicht ohne eine Pause zu machen. Das ist einfach zu Hardcore, denke ich mal. Jo. Ausblick für nächstes Jahr. Machen wir da wahrscheinlich auch nochmal in Ruhe. Wenn ich auch weiß, was nächstes Jahr nochmal rauskommt. Im Moment würde ich auf jeden Fall sagen, die Stables, ne. Wie McCamellum bleiben auf jeden Fall. Das ist ja immer, was man so nebenbei spielen kann. Das macht ja Spaß. Ich hoffe persönlich, dass die irgendwann mal so eine E-Sports dafür rausbringen. Also das Turniersystem jetzt ist ja lächerlich. Also ist vielleicht Geschmackssache, aber das ist ja ein Spam-Turnier. Jeden Tag ist gefühlt ein Turnier. Kein Mensch kümmert sich im Prinzip drum. Ich fände es halt cool, wenn es da vielleicht so Seasons gäbe oder Weltmeisterschaften oder irgend sowas. Dass es halt so Spiele gibt, die was Besonderes sind, die man dann auch wirklich casten kann als Highlights. Das wäre richtig geil. Mal gucken, ob sie da irgendwas einbauen. Paradox hatte mal geschrieben gehabt, dass sie was mit Preisgeldern machen wollen. Im richtigen Sinne dann war die Preisgelder geringer als bei dem Turnier, was ich damals organisiert habe. Und da würde ich mir da auch jetzt auch nicht den großen Wurf im Sinne von E-Sports erhoffen. Mal überraschen lassen, was da noch kommt. Aber auf jeden Fall, sonst spiele weiter casten. Ist ja normal, ne. Das bleibt auf jeden Fall drin. Das macht ja einen Riesenspaß. Jo. Zwischendurch überlege ich immer wieder, Town of Salem 2 zu spielen. Kann mich aber nicht so durchringen, weil das auch wieder so ein Riesen-Zeit-Investment wäre. Ihr könnt es ja nur spielen, wenn ihr alle Rassen kennt oder alle Funktionen, ne. Und wenn ihr die nicht auswendig kennt, dann braucht ihr es ja gar nicht antreten im Prinzip, ne. Also ich weiß es nicht, ob ich mich da nochmal motivieren kann. Also Lust hätte ich schon drauf, aber die Einarbeitungszeit ist immer diese Hürde, ne. Das ist immer ein Problem für mich. Genau. Ja, das sind eigentlich die ganzen Dinger hier. Also im Moment habe ich ja wieder Bock auf irgendein großes Projekt. Vielleicht machen wir nochmal diese Kriegsspiele, die wir dieses Jahr gemacht haben, wenn ihr euch erinnert. Das preußische Kriegsspiel. Ich hätte ja eigentlich auf Black Powder gewartet. Black Powder, dieses Kriegsspiel eigentlich eine Mechanik, das so sein soll. Das sollte auch vor Black, weil ich schreiben kann es glaube ich am Vorteil, Power. Powder. Ist gar nicht mehr in der Liste oder ich finde es nicht mehr. Das war es glaube ich nicht, ne. Naja, auf jeden Fall gab es so eine Engine für das Kriegsspiel und der meinte dann, er schickt mir dann irgendwie in zwei Monaten oder acht Wochen oder sechs Wochen oder irgendwas in den Dreh, schickt der mal in die Beta dazu. Das ist jetzt glaube ich ein halbes Jahr her gefühlt und da keine Ahnung, was da passiert ist. Deswegen wollte ich das ja ein bisschen pausieren, vielleicht machen wir da nochmal was. Ich hätte auch nochmal Lust auf eine Runde Diplomacy. Wer sich vielleicht an das Let's Play von damals daran erinnert, das war auch ganz witzig. Also solche Projekte schweben mir im Moment vor. Ist nicht spektakulär, es wird die meisten wahrscheinlich auch eher weniger ansprechen, aber dafür habe ich ja Mechamelum. Das ist ja glaube ich, also von den Zahlen her ist das glaube ich, was den Großteil des Kanals im Moment interessiert. Und Wano kommt, wie gesagt, als Stable nochmal hinzu. Da warte ich noch den Army General. Jo, das war so ganz grob mal, was hier gerade abgeht, was mit dem Ton war, mit den Spielen. Aber Ende des Monats kommen, wie gesagt, nochmal zwei Videos, die das ein bisschen ausführlicher machen, was passiert ist und was nächstes Jahr anliegt. So, in dem Sinne, ciao, ciao.